Hier sind sie wieder, im neuen Jahrzehnt. Der Mon und der Ed. Ed Mon. Captain Ed Mon, für sie immer noch. Lord Captain Ed Mon mit dem fantastischen Monkey Island 3. The Curse of Monkey Island? Exakt. Knall hat durchgenommen. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, frohes Neues. Ja, wup wup. Danke, dass euch das so zahlreich gefallen hat. Danke für die Kommentare, danke für die vielen Leute, die uns gesagt haben, was die Unterschiede sind zwischen sehr leicht und sehr schwer. Das hier war übrigens eine Gäste für die Ohrenputze. Das war eher genau, Ohrenputze, nicht ... Ich weiß nicht, ich kenn die Sprüche nicht. Aber er sagt doch irgendwie bla bla bla, Edelstahl. Habe ich mal eine Rakete durchbekommen. Immer das selbe. Jetzt übrigens wieder auf Netflix. Habe ich wieder ein bisschen geguckt. Ich auch, ja. Ich liebe die Szene, wenn er aus dem Flugzeug steigt und sagt, oh, ist das laut. Und dann reicht ihm der Typ so zwei Ohrstöpsel. Und er nimmt die und ... Danke. Er sagt doch irgendwie, bla bla bla, Unfall. Vietnam stopft sich von innen zu. Das ist alles nur noch wahlloser Quatsch. So ein bisschen wie die Dialoge hier, was ich aber begrüße. Ja, tatsächlich. Bruter Humor. Und vielen Dank für das viele Feedback, dass ihr über die Feiertage auch viel Monkey Island geguckt habt. Das hat uns sehr gefreut. Und motiviert hier in diese Richtung auch dann weiterzudenken. Aber ich bin jetzt erst mal positiv, dass wir das Spiel in dieser, maximal in der nächsten Session auch dann beenden können. Maximal in der nächsten. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit, obwohl wir auf leichter spielen. Wobei ich jetzt auch sage, dass durch die Pause, die wir jetzt dazwischen in den Aufzeichnungen hatten ... Hat nicht geholfen. Nee, jetzt hat man natürlich erst mal wieder so ein Loch. Wisst ihr jetzt, was man mit dem Arm macht? Und ich denke mir so, verarscht er mich jetzt, weil man nichts damit macht? Oder kommt noch eine Sache, wo man wirklich was mit dem Arm macht? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, er verarscht mich einfach nur. Aber ich habe jetzt natürlich schon auch ein bisschen vergessen, was wir als letztes gemacht haben. Ich weiß, wir haben mit dem Tofu Hut. Wir hatten den Tofu Hut und haben den Vulkan gestartet. Und dadurch haben wir ja dann das Grillessen gemacht. Und dadurch haben wir diese Pantsche gekriegt. Genau, wir mussten den Käse reinwerfen. Genau, genau. So, dann haben wir den Ring geholt. Stimmt. Und wir haben ... Dann ist wie ... Was ist mit ihr passiert? Was ist denn noch mal mit Elaine passiert, nachdem wir den Ring abgezupft haben? Wir müssen jetzt wahrscheinlich einen anderen Ring finden und ihn hier anstecken. Ich spreche erst mal mit ihm. Kann es sein, dass wir quasi ihren anderen Ring ... Er ist jetzt damit beschäftigt, das Schiff zu reparieren. ... unseren Eheschwur vollenden müssen sozusagen? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Aber warum sind wir dann hier hingegangen? Ich glaube, hier haben wir dann aufgehört einfach. Vielleicht in dem ... Genau, der klebrige ... Ah, nee. Haben wir auch schon. Den haben wir eben gemacht, genau. Ja gut, also ... Nee, es war nicht Käse. Was war das noch mal? Was haben wir dann noch mal zusammengeschmolzen eigentlich? Egal. Ja, hier haben wir auf jeden Fall den ... Das haben wir ... Lass uns doch einmal von rechts nach links so durchgehen. Das ist ja sie. Stimmt, der ist sie ja. Ein linker Ringfinger. Da muss man vermutlich einen Ring drauf machen. Eindeutig benutzbar. So, ich erinnere mich ... Haben wir die schon eingesammelt? Haben wir irgendwas zum Einsammeln? Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Ich hab's ein bisschen vermisst, mir anzuhören, was er alles nicht kann. Während wir die eine Sache vergessen, zu benutzen, die er kann. Ist das Helium oder Helium, ne? Helium. Das sind die Tode. Schon mal genäht. Haben wir auch schon benutzt. Haben wir denn die Hundegeschichte auch schon gemacht, ne? Wir haben das mit dem Bett noch nicht gemacht, dass man das irgendwie runternagelt. Weißt du noch? Weil uns ein zweiter Nagel fehlt. Haben wir einen zweiten Nagel gerade? War da ein Nagel? Ja, einen. Aber wir haben ... Nein, doch, wir haben doch schon mal einen reingehauen. Dann wäre das der zweite Nagel jetzt. Bist du sicher? Ich bin mir sicher, dass wir schon ... Wir haben's schon einmal gemacht. Okay, ich geh gucken. Oder? Ich meine nicht. Nein, ich weiß. Wir haben's probiert und dann meinte der Chat oder irgendjemand meinte, vielleicht im Kommentar, dass wir zwei Nägel bräuchten. Das weiß ich noch. Genau. Aber ich dachte, dass wir einen schon benutzt haben. Nee. Na gut. Ein Nagel wird niemals reichen, um das Bett unten zu halten. Ja gut. Tut mir leid, aber ich ... Ja, ist ja alles gut. Man muss sich ja erst mal wieder an alles erinnern. Ja, ja. Aus irgendeinem Grund brauchen wir die Familiengeschichte und er wird, glaube ich, dann auch auf den Friedhof gekickt. Durch das Bett. Hm. Na gut. Wir haben keinen zweiten Nagel. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. Hier hatten wir den ersten her. Ja, natürlich. Es ist an die Wand genagelt. Er macht mich wahnsinnig. Nee, geht leider nicht. Nee, nee. Nicht nochmal das Gleiche. Hier war, glaube ich, nix mehr in dem Raum. Das macht mich da sehr wundern. Man könnte nachher nochmal versuchen, mit allen zu reden. Vielleicht ergibt sich da noch was. Aber vielleicht erst mal nur umgucken. Mir ist noch nicht ganz klar, was an diesem Bild nicht stimmt. Sie sind ja auch in der Hakenhand. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. I feel you. Ich habe jetzt Vampire gesehen. Das ist diese dreiteilige Dracula-Serie. Kurzreview. Erste Folge mal abwarten. Zweite Folge voll geil. Dritte Folge was ein Schrott. Aber man kann es gucken. Es ist irgendwie nicht uninteressant. Aber da gibt es halt auch diese Überfahrt, wo irgendwie der Vampir dann eben in die neue Welt will. Und da ist dann auch einer, der hat auch so eine Hakenhand. Also das war halt echt scheinbar, es gab diese Hakenhand. Das ist nicht nur ein Mie. Aber inwiefern bringt dir ein Haken was? Für was brauchst du denn den Haken? Warum nicht? Mir fallen 10 Millionen Sachen ein. Weil du Sachen einaufpiksen kannst oder festhalten kannst. Ist so ein Haken? Naja, aber was wäre denn die Alternative? Drei Haken zum Beispiel. So eine Harke mit drei Haken. Das weiß ich nicht. Oder eine Klammer. Oder eine Gabel. Brauchst du wahrscheinlich häufiger als... Eine Klammer kannst du ja nicht bedienen. Du kannst ja so machen. So dann. So auf zu. Mit der Arm auch so... Ja, weiß ich nicht. Also ich... Oder vielleicht einfach nur ein Holzstumpen. So ein Poller. Ich glaube einfach, dass ein Haken... Ich meine... Naja gut. Aber wahrscheinlich hast du recht. Und das ist die smarteste... Aber ich bin mir nicht sicher. Naja, es ist die smarteste Low-Budget-Variante im, weiß ich nicht, 19. oder 18. Jahrhundert oder so. Also jetzt... Äh... Ja, ja, hier... Heute haben wir was anderes. Also ich meine... Wenn du heute einen Haken kriegst... Wenn ich jetzt der Typ aus Deus Ex mit einem Haken rumlaufe, würde ich sagen, Leute, was ist da los? Na gut, das Gesundheitssystem in den USA, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Haken noch trendet. Okay. Hier haben wir auch noch nichts mitgemacht. Oder weißt du noch, was da war? Guck mal hier. Was? Das ist neu? Nee, beim Leuchtturm waren wir schon. Wirklich? Ja. Aber wir sind noch nie hier langgegangen. Aber hier ist auch nichts. Diese Haie, ne? Das macht mich schon... Die sind immer da, aber man kann sie nicht anklicken. Aber beim Leuchtturm haben wir bestimmt auch noch nicht wirklich was gemacht. Ich würde mir auch nochmal auf den Boden, ob da nicht vielleicht doch irgendwo was ist greifbar. Ein Nagel. Warum nicht die... Die Spiegel ist da. Es fehlt nur das Licht, das er reflektieren kann. Licht. An sich so ein leuchtender Goldzahn. Ja, war auch gar nicht so. Aber es ist wieder so ein typisches Ding, man denkt so, ja, der leuchtet doch, aber das reicht natürlich nicht für... Manchmal denkt man... Er blinkt sogar in deinem Inventar. Ja, ich weiß. Aber das sind so... Was war denn nochmal? Wir haben diese Handlotion uns geholt. Und warum haben wir die geholt? Damit haben wir den Regen abgemacht. Ja, du hast recht. Und das haben wir dem Wirt gegeben. Haben wir das mit dem Hund eigentlich gemacht? Ganz viel haben wir... Ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Also wir haben darüber geredet. Es haben sich ja ganz viele beschwert, dass wir beim Hund nicht auf die Idee gekommen sind, ihm das Hundefutter zu geben. Ich glaube, dass wir dachten, wir hätten schon probiert. Weil das ist ja ein No-Brainer. Aber es lag ja hier. Also man hat halt... Ach so, wir haben... Es lag... Wir haben es doch aus dem Topf genommen. Ja? Dann auf die Idee zu kommen, ihm das sozusagen nochmal zu geben, war wahrscheinlich, vielleicht müssen wir das mal machen. Ach so, man nimmt das aus dem Topf und gibt es ihn. Ja, das war's. Okay, aber das ist doch wirklich verrückt. Aber das haben wir doch auch schon gemacht. Er hat mich gebissen. Das haben wir schon mal gemacht. Kann man eventuell die Hunde überraschen. Das war doch genau. Nur wenn du von einem Hund gebissen wurdest, hast du irgendwas gekriegt oder so. Weißt du? Ja. Das war's. Dafür war das. Der Kompass, der ging ja recht schnell. Den haben wir schnell zusammengebaut, weil wir Pfadfinder sind. Sag mal, wofür ist denn der Kompass nochmal? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir den Kompass nicht einfach mal benutzen? Er zeigt nach Norden. Da ist eine Karte. Kannst du nicht Karte und Kompass benutzen? Diese. Aber nee, das ist die falsche Karte. Das ist die. Okay. Was war denn das eigentlich? Sobald der Fropf, dann fließen die Gedanken, ja. Das hat uns gesagt, wie man den Kompass macht. Aber hier riecht es doch nach Nagel. Entschuldigung. Nice. Gut. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Und alle zu Hause. Nein! Ihr müsst X mit X. Ja. Naja, das ist ja... Es wäre ja jetzt auch albern, ein Rätselspiel zu spielen, wo man auf jede Frage sofort die Antwort kennt und einfach nur so abhakt. Müssen wir nächstes Mal mal machen. Dass sie ständig die Regie uns alles vorgibt und wir es einfach so in einem Flow durchspielen. Als wären wir sehr klug. Nein. So. Also, wir haben hier einen Hammer und mit dem hau ich jetzt einfach die Tür auf. If I had a hammer. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. I would hammer on the morning. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Dann haben wir denn irgendwas, was wir auseinander nehmen können und dann haben wir Nagel, den Meißel zum Beispiel. Der sieht doch schon aus wie ein Nagel. Jetzt, wo du es sagst, keine dumme Idee, aber der ist natürlich viel länger. Also, wenn man den spaltet oder so. Ja, aber gar nicht so. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Das ist jetzt schon wieder pure Verzweiflung hier. Die Lilien haben wir auch schon uns mal angeguckt. Hier war die Kruft. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Ja, jetzt gehen wir noch nicht auf den Sack. Ich glaube, man muss irgendwann einen Vampir töten. Weil Hammer und Meißel fällt mir gerade ein. Natürlich, weil ich Vampire gesehen habe. Zombie halt. Ja, aber der ist doch mit Rootbeer zu besiegen. Jedes Mal? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn fällt. Daran würde ich mich erinnern. Also, Hotel, was haben wir Licht und Hammer. Lass uns nochmal weiter nach links gehen. Wir sind ja noch gar nicht überall gewesen. Hier war das Fass, ja. Viel mehr ist hier auch nicht, oder? Du kommst ja gar nicht rein. Warte mal, mussten wir nicht irgendein... Irgendwas zusammen? Oder war das... Ja, aber da haben wir uns da oben was geholt, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Da war irgendwas in dem Fass und wir haben das uns geholt und kombiniert. Oh, kannst du die Chilis da? Ah, die haben wir ja schon genommen. Das weiß ich ja. Wir haben doch mit denen... Haben wir doch schon irgendwas gemacht. Bei dir ist auch alles weg. Ey, es ist sechs Wochen her. Sieben Wochen. Der ist schon so lange her. Nee, das war Anfang Dezember haben wir das aufgenommen. Ja. Na gut, aber wir haben ja auch erst Mitte, Anfang Januar. Also ist nicht so lange her. Ja, und hier ist das Dorf in der Vulkan. Aber ich glaube, hier haben wir alles gemacht, weil hier haben wir ja den Vulkan zum Ausschütten gebracht. Also man könnte höchstens nochmal... Ja, aber es ist ja okay. Wir wollen ja alles absuchen. Das ist ja so ein bisschen... Ich gehe nicht dorthin zurück. Es ist zu gefährlich. Jetzt haben wir das wenigstens schon mal... Ich glaube... Warte mal. Also die Feuer hier kannst du nicht nehmen, oder? Weil wir brauchen doch irgendwo auch Feuer. Wofür? Ja, aber irgendwas mit Feuer. Ich will nochmal ganz kurz mit ihm hier reden. Wo war nochmal das Feuer? Hat er uns nicht in Auftrag gegeben? Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Mini Strone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger, bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Sonnenkassper! Okay, wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Ach, gab es? Da, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blat-Eiland sehen. Also mit Leuchtturm, dann kommt der Waliser. ...gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Okay. Ähm. Ja, wir wissen, wir haben viel, nur nicht, aber wir haben schon, warte mal, wir haben was gegen vernebelte Köpfe. Ja. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte Köpfe. Das hängt ja 100 pro irgendwie miteinander zusammen. Kann aber auch natürlich nur ein Übersetzungsding sein, aber ja, ich würde es auch sagen, ja. Haben wir mit, nee, Madame Zima. Nee, also warte mal, also wir müssen noch mal jetzt überlegen. Ich glaube, das ist an der Lichtung. Hier. Dass der hier hinkommt irgendwie. Der Mond konnte... Ja, so bald, aber vorher müssen wir den Leuchtturm erparieren. Und dafür brauchen wir Licht. Da war das Licht her. Aber warum können wir die Lampen zum Beispiel... Bei den Kannibalen, bei den Fruchtkannibalen, da war zwar Licht, wenn wir alles nicht nehmen. Also eigentlich brauchen wir nur Feuer hier machen, oder nicht? Laternenhalter, wir brauchen eine Laterne. Dahin würde der Leuchtturm strahlen, wenn er Licht hätte. Bei all diesen zerbrochenen Fenstern ist es kein Wunder, dass das Licht ausgeblasen wurde. Okay, müssen wir die Fenster reparieren? Ich würde mir nicht vorstellen. Ich denke, man braucht aber nur erstmal eine Laterne. Das ist schon irgendwie richtig. Haben wir irgendwas Laternenwässiges? Nein, aber wir können ja mit diesem Wissen jetzt vielleicht mehr darauf achten, irgendwo was zu sehen. Genau, da sind doch Laternen. Nein. Warum? Das finde ich, könnt ihr besser begründen. Gibt es eine auffällige Tiki-Laterne irgendwo? Ich nehme an, der wird jetzt bei jeder Nein sagen. Nein. Aber lass uns mal weiter darauf rumdenken. Hier mit der Bühne müssen wir doch auch irgendwas machen. Na, da ist diese Show eigentlich, die aber ja komisch. Die ist doch jetzt gar nicht mehr. Chris-Walt-Meistersuppe präsentiert. Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Cabaret der Karibik. Das hatte einen Grund, warum das da irgendwas war doch mit Explosiv. Ey, es ist schon wieder so lange her. Hier war der Grill. Laterne. Laterne. Hier waren auch noch Klaternen. Feuer. Ja, auch hier diese Kerzen rechts. Gantisch. Da, die kannst du auch nicht angucken, oder? Ohne alte Platte wird es nicht sein. Pfff, Mann, ey. Hm, nein. Hier ist nichts mehr. Irgendeine dumme Scheiße entgeht uns hier. Irgendeine... Es macht mich verharrt. Okay, Windmühle war das fast sonst nichts. Leuchtturm müssen wir reparieren. Hotel fällt uns nichts ein. Da ist nichts mehr. Die Glühwürmchen sind's. Oh, du hast recht, Mann. Ich glaube, wir waren an dem Punkt schon mal. Ich glaube, wir waren... Da hinten ist sogar der scheiß Leuchtturm zu sehen. Aber wie kriegen wir die? Ein Gefäß. Das sind Glühwürmchen. Ein Gefäß. Ein Gefäß. Haben nichts. Gar nichts. Nicht mal... Was ist das oben rechts? Haben wir ein Sofa-Kissen? Ne, was ist das Kissen? Kann man das aufmachen? Willst du vielleicht was... Ich bin jetzt mal... Mit der Schere? Meine Tofu-Maske wird hier nichts ausrichten können. Wie kriegt man doch mal die Glühwürmchen? Oh, Mann. Also ein Gefäß müsste man ja eigentlich vom Barkeeper irgendwo kriegen können. Das Gurkenglas vielleicht. Gurkenglas? Du hast recht, da wo die Gurken sind. Ja. Alle Gurken nehmen. Nein, nimmt er ja nicht. Hm. Ich kann ein Ballon nicht... Guck die noch mal an, die Würmchen. Guck mal, was er sagt. Ob irgendwas... Die sind wirklich hell. Mach mal nehmen. Ja! Die sind zu klein und zu schnell, um von mir mit der Hand eingefangen zu werden. Wir brauchen wahrscheinlich ein Netz. Von mir, sagt er. Also theoretisch kann jemand anderes die einfangen. Okay, das ist jetzt ein sehr dummer Versuch. Generell, der Stumpf ist, glaube ich, wichtig. Sonst hätten die den Stumpf nicht noch extra anklickbar gemacht. Ja, das glaube ich auch. Aber wir haben vielleicht noch nicht. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Damit kann ich den Regenschirm nicht... Ja, nee. Die Flasche ist verschlossen. Die Flasche ist verschlossen. Ja, dann mach sie doch auf. Okay. Das mit dem Nagel oder mit... Genau, ja. Genau, Mann. Sag mal... Ich werde wahnsinnig. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte Köpfe. Das sieht nicht gerade verkatert aus. Wer ist verkatert? Das sieht nicht gerade verkatert aus. Der Hund. Der Hund ist verkatert. Na, ich weiß nicht, aber der hat... Er hat eine Sonnenbrille, als hätte er Party gemacht. Kann auch sein, dass er blind ist. Wir wissen es nicht, aber leider ist er auch einfach ein Partyhund. Wie heißt das Ding in Berlin? Berghain. Berghain. Warst du schon mal? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Aber ich hab mir eine Dokumentation... Die Zeiten sind vorbei. Ich hab mir ein paar Dokumentationen darüber anguckt. Über die Tür. Da sind Menschen verloren gegangen. Okay. Ich glaube nicht, dass er... Na gut, aber ich finde es Wandversuch wert. Da ist übrigens... Ach nee, Feuerwehr. Wir nehmen die Glühbirnchen. War nicht der Barkeeper vernebelten? Ja, aber ich dachte eigentlich, dass wir das schon... Der hat uns, glaube ich, den Rest gegeben oder so. Wir haben das für ihn gemixt, damit er mit uns redet. Und aus irgendeinem Grund haben wir dann dieses Rübel frei bekommen. Aber wir können es ihm auch nochmal geben, klar. Hier sollte jemand mal lernen, wie mein Lagerfeuer ordentlich läuft. Kommt, das glimmende Feuer. Kann man das vielleicht mitnehmen? So wie? Nein. Also wir sind der Sache ja ganz nah. Wir brauchen also die Glühbirnchen. So viel wissen wir schon mal. Und dafür brauchen wir... Glühbirnchen, Reuchturm. Typ mit dem Boot. Totenkopf, Insel, Ring. Es fehlt nur... Da! Ne? Ja, aber das nimmt er doch auch wieder nicht, oder? Da müssen wir aber jetzt mal drüber reden mit dem. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh. Dann okay. Aber wir hatten das doch schon mal. Ja, aber da war der noch irgendwie am Schlafen, glaube ich. Ich meine, das ist ein leeres Glas. Und wir suchen seine Ewigkeiten ein Glas. Naja, gut. Okay, aber jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt holen wir damit die Glühbirnchen. Nach nur 20 Minuten. Dann bauen wir die ein. Äh, wo gehe ich denn? Genau. So, wo waren die? Mal gucken, wie schnell wir es jetzt hinkriegen. Ohne einen einzigen Fehler. Keine einzige Fehler. Hier, zack, Glühbirnchen. Sie werden bestimmt nicht einfach so ins Glas fliegen. Ficke dich, Guybrush. Was lockt denn Glühbirnchen an? Ja, Süßkram. Ähm, diese Blumen, die bei dem Hund, sind doch Blumen an der Hütte. Oder rübefrei, ja? Das sieht nicht gerade verkatert aus. Was ist auf der anderen, äh... Die Hundeüberraschungen sind hierfür nicht zu überraschend. Mal gucken auf der anderen Seite. Holz? Nee. Wir können nachher nochmal gucken, was in dem Fass war. Das benötigt keinen Goldzahn. Was ist das da rechts, äh, in dem Topf? Warte, das war ein Magnet. Ja, aber das ist die irgendwie... Ich kann den Magnet damit nicht machen. Was wolltest du ausprobieren? Auf der anderen Seite. Rechts. Rechts. Oben. Das ist das Rasierseife. Ich wollte wissen, was das da ist. Ähm... Sie werden nicht ohne weiteres... Geh doch nochmal... Ah, warte mal. Das hier noch kürzen. Ein leeres Glas auf den Stumpf zu stellen, wird auch nicht helfen. Wir brauchen etwas Süßes. Entweder... Was wollen denn Glühwürmchen? Ich nehme an, die wollen, äh... Blumen. Das will ich nicht schmieren. Ja, Blumen... Wir haben da alles eingesammelt, was man einsammeln kann, deshalb... Vielleicht geht's jetzt. Ich würde nochmal zu dem Hund gehen. Das braucht nicht eingesetzt. Zum Hund. Also, oder halt rum... Zu dem Hund, zu dem... Genau, Friedhof. Genau, geh einmal durch. Ich möchte es nur einmal ausprobieren. Vielleicht irre ich mich auch. Da. Die Lilien. Vielleicht kann man die jetzt nehmen oder mit dem Glas benutzen. Dann hätte er aber auch vorhin sagen können, ich muss die irgendwo hinpacken, sonst gehen die... Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Ich will's nur ausschließen. Ja. Shit. Aber jetzt... Wenn das jetzt geht, freu ich mich. Das ist glaube ich Quatsch. Das kann nicht gehen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Verdammte Scheiße. Was kann man denn da reintun? Ah, ich hab ne Idee. Warte mal. Äh... Was denn? Klar wohl. Wollen wir mal. Ne, ne, probier's mal. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Seewasser? Probier's. Ich fürchte, das Salz im Meerwasser könnte die angeschraubte Metalloberfläche zerfressen. Also anderes Wasser. Du, ich würde nochmal zu dem Fass gehen bei der Windmühle. Ja! Du bist ein Held für mich. Ja, nur wir waren da ja schon. Aber nicht mit dem Glas halt. Nicht mit dem Glas, ja. Das ist es. Aber was ist denn da überhaupt drin? Das war doch nicht Wasser. Oder doch? Ah. Das war aber genau richtig, Simon. Das ist es. I can feel it. I can feel it coming in the glass tonight. Da ist es. Ey! Endlich. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Zuckerwasser. Es war Zuckerwasser. Da kommt doch keinem Sau drauf. Du hast sogar Süßkram gesagt. Doch, das wussten wir schon mal. Warum ist da Zuckerwasser? Warum ist da Zuckerwasser? Aber wir wussten das schon mal. Jetzt kommt die Lösung. Jetzt geht's los, Leute. Ab zu Totenkopf Insel. Ohne einen einzigen Fehler, sag ich euch. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Mh, wette, das Wasser schmeckt gut. So. Jetzt ertrinken sie alle. Gut. Deckel drauf. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. So, abtuse Dingsenkirchen. Mann, sind wir gut. Jetzt haben wir's. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Nee, aber... Nee, ja. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Es gibt kein Licht. Und? Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Tote Glühwürmchen. Wir haben sie getötet. Hm. Ja, shit. Oh nein, die Glühwürmchen sind alle erstickt. Wegen dem Deckel. Wir lachen den Deckel. Ah! Und jetzt ist Game Over, oder was? Machen wir erst mal den Deckel ab. Und kommen wir mit dem Nagel. Ich wette, da sind jetzt wieder welche. Warte, warte. Ich habe Löcher in den Verschluss des Glases gemacht. Das wird nicht mehr helfen. Ja, aber dann gehen wir halt immer Scheißner. Ich meine, das haben wir hingekriegt. Zum Glück haben sie noch, ist die andere Familie. Wie macht man denn nochmal auf? Ähm, benutzen war es, glaube ich. Ja. Jetzt ohne Fehler. Ab sofort ohne Fehler. Hast du gewusst, dass Glühwürmchen Luft braucht? Nee. Ist das überhaupt ein Lebewesen? Ist das auch ein Fabelwesen? Lichtwesen, dachte ich. Ja. Feen. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. So, und jetzt gehen wir nämlich runter zur Lichtung. Ah, da ist er. Mit dem Sandwich. Endlich. Mal ein bisschen chillen. Mysteriöse Figur. Oh, komm. Guybrush, komm. Wer bist du? Ich, ich bin der verlorene Waliser. Oh. Ich bin der Fährmann zwischen der Totenkopfinsel und dieser hier. Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des Ozeans. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel. Ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel. Ihm gehen wir das für Nebel. Aber Teufel ist der Öde. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ich werde mich ohne Kompass nie wieder in diesen scheußlichen Nebeln herausragen. Haben wir doch schon. Kompass, kein Problem. Mom, hast du es nicht gleich gesagt. Du, auch schon verbreitet dich das Schicksal heraus. Und sieh nur, was es mit meinen Klamotten angestellt hat. Schau mich an. Ich bin triefnass. Also, weißt du, rein zufällig habe ich einen Kompass dabei. In diesem Falle armseliger Sterblicher werde ich dir den Weg weisen. Raue See und unaussprechliche Gefahren erwarten dich auf der mysteriösen Totenkopfinsel. Ich habe keine Angst. Die wirst du bekommen. Die wirst du bekommen. Auf zur Totenkopfinsel. Geil, die dritte Insel. Das muss doch eigentlich die letzte sein. Aber wir müssen eh nochmal zurück wegen Elaine. Ja. Stimmt. Ich habe ja früher, ähm... Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor dich aufwirchen. Auch mit dem Geldbörsen... Ich habe, ähm... Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Okay, wirst du glaube ich nicht erwarten. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen. Und deinen Kopf so drehen. Es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Okay. Sie wird von König André geleitet. Den größten Schmuggler der Welt. Und seine miesen Gehilfen, Krav. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Okay. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich. Hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Okay. Ist Wally? Nee. Äh, wie kann ich nochmal reden? Ach ja, war begeistert. Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler... ...der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung... ...beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich, 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 ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter Muckibart ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafouz. Lafouz. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Der ist doch bestimmt Lechak in Verkleidung oder so. Ne, wahrscheinlich. Aber irgendwie, diese Lafouz hat mich doch sehr äthel. Lechak, Lafouz. Hm. Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla. Okay, das ist zu viel Seil. Ah. Kannst du irgendwas machen? Äh. Regenschirm, Regenschirm. Mann, du bist genauso ein Jenny wie ich. Hey. Nein, wir waren da. Wir waren da. Ja, wir müssten Regenschirme nutzen, oder? Ist doch klar. Ich frage, kann man irgendwas während des Fallens benutzen? Vielleicht ist es das erste Fallen auch. Ja, ihm auch völlig egal. Ach so, nee. Kannst du? Ja, oder? Ja, ich, mal eben, das wird funktionieren. Ich muss nur schneller machen. Lass uns dieses Das-Cliff-Hinunter-zur-Höhle-Ding noch mal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bisschen... Also, wir haben ja überlegt, was wir vielleicht danach zocken und so. Ich hatte ja, also, auf jeden Fall Monkey Island 4 ist natürlich auch ein Kandidat. Kannst du nicht benutzen? Ja, aber ich meine, kennst du die Legend-of-Cyrindia-Spiele? Hast du die mal gespielt? Ich hab die nie gespielt. Ich hab damals, ich weiß das, wie bei Powerplay und so, haben die die mega... Die hatten immer diese geilen Doppelseiten und vier Viererseiten mit geilen Grafiken und alle haben diesen Joker, diesen Jester irgendwie gefeiert. Das ist, glaube ich, im dritten Teil. Ähm, genau, aber... Gespielt sogar von, ähm, wie heißt der? Malcolm Mc... äh, McDonnell. Heißt der McDonnell? Malcolm Mc... McDowell? Jetzt bin ich gerade bei Coming to America, bin ich jetzt gerade irgendwie... Na, wie heißt der von, äh... Malcolm McDowell. Ja, genau, Malcolm McDowell? Malcolm Mc... Wie peinlich, ja. Das ist wirklich dumm, ne? Aber auf jeden Fall, ähm, der zweite Teil ist eigentlich mein Lieblingsteil. Genau wie Simon the Sorcerer ist natürlich auch der zweite. Der zweite auch, also es gibt doch einen, der dritte ist es, ne, wo die Hauptdarstellerin sich ständig umzieht. Und das alles voll abgefahren aussieht, so wie die Indiana Jones-Spiele. Malcolm McDowell. Ja, genau, Fate of Atlantis haben auch viele geschrieben, könnten wir auch. Das haben wir aber schon echt mehrfach. Wir hatten das schon in Beans vs. sogar. Echt? Ja, okay. Da wart ihr nicht dabei. Aber ich, ich war von vorne bis hinten. Wir sind im Schloss am Ende verreckt, weil wir nicht weiterkamen. Aber was mit Last Crusade? Ähm, ich glaub, wir haben beides gespielt. Das war Dings wegen Indie. Und dann haben wir erst drei gespielt und dann vier. Gleich irre ich mich auch. Also, Korinja Legends, weil ich kenn halt auch viele nicht, hat aber, glaub ich, keine Sprachausgabe. Und ich finde halt, das ist so ein bisschen schon wichtig. Sprachausgabe ist schon nicht unwichtig. Es scheint, wir haben einen unerwarteten Besucher, Kruf. Kümmere dich um ihn. Verdammt, das probier ich besser noch einmal. Okay, ich muss wohl... Neue Diamanteninspektor. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den sie haben. Das ist aber so gut. Los, Leute, dally dally. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. Verdammt, das probier ich besser noch einmal. Ich hab so viel Geld, dass es fast schon peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns. Mr. Ähm... War ein Meisterrippe. Lugi. Van was? Van Goch der Fassenson. Jethro Van Goch der Fassenson. Van Goch der Fassenson. Jethro Van Goch der Fassenson. Sehr gut, Mr. Threepwood. Hey, woher wissen Sie mein... Es ist mein Geschäft, zu wissen, wer die Totenkopfinsel betritt und verlässt. Ich bin König André und das ist mein Partner Croft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen. Sie haben ihn gekauft. Ich will ihn haben. Sofort. Bitte, Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Den Witz habe ich nicht verstanden. Der Meistersuppe Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also... Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Goldzahn? Nee. Der Goldzahn? Der Diamant gehört in ein Museum. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde, Mr. Threepwood. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde. Was zum Teufel soll das heißen? Eines Tages werden Sie es verstehen. Äh, okay. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Ähm, nein. Wie viel hast du? Tja, lassen Sie mich überlegen. Mein Bargeld und meine Vermögensbeteiligung, wenn ich dies zusammenrechne, sehr wenig. Wie ich es mir dachte. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Könnten Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nacht ungemein. So, Mr. Threepwood. Die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Äh, natürlich aufhören. Klar, da müssen wir. Das ist Spaß hier. Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Mein Leben. Wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Holzahn. Was wäre, wenn Sie durch eine unglückselige Wendung des Glücks verlieren würden? Wir hätten nichts zu gewinnen. Ja, aber habe ich doch. Komm. Gold Zahnio. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei... Okay, das kann es dann ja nicht sein. Müssen wir irgendwas im Inventar... Spielgeld. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass... Shit. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sitzen wir hier und hängen wieder. Kann ich ihm nicht was von seinem eigenen... Ja gut, wir haben diese Insel ja auch noch gar nicht untersucht. Also vielleicht finden sie... Stimmt. Ich lasse es dort, wo es ist. Schmuggelhäschenkiste. Diese Häschen sind scheinbar sehr... ...beliebt. Okay, komm, lass mal hier gucken. Klippe, klippe, klippe. Oberes Ende. Klippe. Hup, ich bin schon da unten. Ist das hier... Ach, das ist so... Das ist ja lustig. Hier, kommst du denn da wieder raus. Okay. Ich rede mal mit ihm, aber nur... ...aus Verzweiflung. Entschuldige. Nee, okay. Geh mal nach oben. Ja, ja, ich, ich, ich. Hier ist auch nichts. Gibt's nichts. Der Baum. Äh, lassen wir noch mal gucken. Vielleicht mögen wir aber zur Ente. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Okay, dann müssen wir es schon... Geh noch mal ins Inventar. Ja, oder wir müssen noch mal auf die andere Insel. Ja, das... Ja, gut, wir haben immer noch nicht... Haben wir... Finden wir hier einen Nagel zum Beispiel. Dann könnten wir... Shit, das recht... Aus der Luft irgendwas holen. Das hier geht nicht... Okay, ich komm halt nicht dahin. Wenn wir hier einen Nagel finden würden... Teures Ding? Ja, ja, alles hier. Teures Ding. Wird aber auch nur gesagt, ist sehr teuer. Wird geschwält, goldener Rahmen, Schatzfass. Noch mal so ein Schmuggelhäschen. Vielleicht gibt er dir eins und dann ist da... Er geht auch noch mal... Er ist nicht sehr gesprächig. Die Tür soll geschlossen bleiben. Entschuldigung, ich wollte nur nachsehen, ob Mr. Threepboot gut unten angekommen ist. Hm. Das ist doch auch nicht ohne Grund. Vernebelung, Vernebelung. Für wen? Wiss ich nicht. Was ist hier, Seif? Übelfrei, mein ich. Haben wir das schon benutzt jetzt? Nee. Ich glaube nicht, dass er... Ich glaube nicht, dass er das... Kann man die Kerzen oben irgendwie was machen? Nee, sie sind so ebenso schön. Die Tür, kann man die irgendwas präparieren? Ich geh was essen, falls mich jemand braucht. Tür zu! Es zieht! Das muss irgendwo... Es zieht also, wenn er aufmacht. Kann man die Tür blockieren mit irgendwas? Die kann man gar nicht anklicken, oder was? Die enormen Stückzahlen werden wohl dazu führen, dass sie nie zu Sammlerstücken werden. Es zieht... Das ist Teil des Rätsels. Nur welcher Teil. Wenn ich hier hingehe... Ich muss wieder zum Abgrund. Kennt jemand ein gutes Thai-Restaurant in der Nähe? Nicht die Tür öffnen, du bläst die Kerzen aus! Kann man die Kerzen... Ach so, wenn die Kerzen aussehen, ist es dunkel. Ja. Und dann kann man die klauen. Ja. Aber... Kann man die Kerzen denn nicht anklicken? Nee. Wir müssen einfach nur ausgehen, indem wir irgendwas müssen... Aber die Tür können wir leider auch nicht anklicken. Das ist irgendwie das Komische daran. Wie können wir es schaffen, dass... Keine Höhenangst habe? Oh, ich fühle mich nicht gut. Okay, da geht es also auch nicht raus. Hm, nein. Wie kriegen wir das hin, dass diese... Tür aufbleibt? Hör auf, die Tür zu öffnen! Oh, tut mir leid. Ich habe nur meine Stechkarte gesucht. Ich muss mir nochmal mit ihm reden. Also mit dem Typ, der die Tür immer aufmacht. Wie wäre es mit Spielzeug? Haben Sie Spielzeug? Fakt ist, dass erst gestern eine neue Lieferung eingetroffen ist. Das sind echte Bestseller. Hier, nehmen Sie einen. Lass uns eine Sandburg bauen! Land, ahoi, Seemann! Ich habe mir echt eine Lutschak-Figur. Setz die Segel in Richtung Spaß! Warte nur, bis du einschläfst, kleiner Junge. Okay. Ich möchte etwas richtig Piratenmäßiges kaufen. Natürlich. Richtig Piratenmäßige Dinge sind natürlich unsere Spezialität. Kann ich Ihnen ein Holzbein anbieten? Kommt drauf an, was Sie damit machen. Das war ein Scherz. Ah ja. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, aber ich bin sicher, es war amüsant. Ich mache es nochmal, aber ich... Ne, man, das geht immer noch nicht. Sie müssen Ihren Einsatz bringen. Vielleicht kann ich hier irgendwie ein Item aussuchen nochmal. Und wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Sprich mal mit dem McGruff irgendwie. Hm. Also dem, dem da ja. Ne, mit dem geht nicht, leider. Achso. Der ist nicht sehr gesprächig. Er ist nicht sehr gesprächig. Dann oben dem Wall, äh, Lef, Lelek. Ne, wie heißt er? Lefuss. Also der macht immer die Tür auf. Ja? Glaubst du, dass du es diesmal schaffst, mich herunterzulassen? In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Los geht's mit dem Kiff. Lass der mich. Hoppla. Ne, benutzen. Ja, stimmt. Könnte man noch irgendwas anderes benutzen? Ja. Da gibt es wahrscheinlich wenig Sinn. Ich kann ja auch nichts anklicken. Geh mal auf Klippe. Da. Ja, guckt der immer noch hoch. Wir haben auch nicht ein Item hier gekriegt, oder? Zeig dir doch mal ins Inventory, bitte. Doch, wir haben diese Glück-Chuck-Figur gekriegt. Kannst du, guck die mal an. Er ist so hübsch. Vielleicht kann man damit... Da reinpiksen. Das ist deine Voodoo-Puppe. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Das ist eine gute Idee, aber... Den mit dem Ding. Nein, nein. Ich kann den Meister nicht benutzen. Können wir das nicht, aber da sind wir schon weg von der Insel mit der Voodoo-Meisterin. Ich fahre jetzt nochmal rüber. Ich will zurück nach Blood Island. Ich auch. Dieser Platz ist mir unheimlich. In dem Boot ist auch nicht noch irgendwo ein Nagel oder so, ne? Nö. Nö, was ist da? Felsen. Mal gerade gucken. Ne, hier war ja auch nichts. Okay, wir haben diese Puppe. Können wir irgendwas eventuell mit der Puppe jetzt machen? Ich glaube, das ist fürs Endgame. Recht gesagt. Ja. Aber wir sind auf der Insel. Entweder das Rätsel ist, auf der Insel zu lösen, oder wir müssen von hier was mitbringen. Geld zum Beispiel. Was wir ja nicht haben. Also wir haben diese Kerzen. Das ist natürlich sehr auffällig, dass diese Kerzen immer ausgehen. Und er sagt, also er will nicht, dass es dunkel ist, sozusagen. Ja, eigentlich müssen wir es schaffen, dass es dunkel ist. Nur das Problem ist, man kann weder die Tür noch die Kerzen anklicken. Anklicken. Welche Möglichkeiten hätte man noch ist, dort in dem Raum dunkel zu machen, dass die Kerzen ausgehen? Wind. Wasser. Bohrer. Ja, Holzbohrer. Aber man kann ja mit nichts da groß interagieren, oder? Wir haben irgendwas. Warum guckt ihr denn nochmal an den Goldzahn? Ja, das ist ein ziemlich vollgespuckter Goldzahn. Kann ich nicht sowas wie eine Münze machen? Das benötigt keinen Goldzahn. Du könntest den einschmelzen. Ja, das meine ich. Nur, ich glaube nicht, dass es das ist. Ja, das glaube ich nicht. Die Tarotkarten, mit denen muss man bestimmt gleich irgendwie pokern oder so. Kann das sein? Ich habe fünf Todkarten. Ja, das kann nicht gut sein. Bist du nicht ein hübsches kleines Ding? Du bist der beste Schiffsmaat aller Zeiten. Lass uns ein paar Schätze vergraben. Das brauchen wir irgendwann, wenn wir auf seinem Schiff sind oder so. Ich denke, damit seine Crew denkt, wir sind der Kapitän oder so. Vor dir steht dein Schicksal. Tja. Den Ring für sie. Es ist 100 pro... Wir haben diese mit dem Bett. Also da komme ich gerade noch nicht drauf. Der zweite Nagel. Ja. Mit dem Bett. Weil der fliegt dann raus irgendwie auf den Friedhof. Dann kannst du in die Gruft und kannst da vielleicht irgendwie was holen. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Haben wir irgendeinen Kleber? Ne, ne? Nur das, was wir dem Dings gegeben haben. Mhm. Dieser Nagel. Hier nochmal da rechts, ob man da mit der Hitze irgendwie... Ja, wir probieren mal den Goldzahn irgendwie jetzt. Auch wenn es... Zumindest wird irgendeine Ansage kommen. Das benötigt keinen Goldzahn. Müssen wir noch irgendwas... Was? Mit? Ne, wir haben ja hier auch schon alles gemacht. Das benötigt keinen Gold... Das benötigt keinen Goldzahn. Ne. Ne. Das gibt es doch gar nicht. Die nochmal die Gruft an, dass man... Vielleicht gibt es da nochmal einen Hinweis. Ja, aber es muss irgendwie... Der da reinkommen. Ja, der fliegt da raus. Der fliegt da... Genau. Nein, oder? Sie ist verschlossen. Ich hab ja auch nix. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Klecks, der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex. Verdünnte es mit Gin. Das ist vielleicht blöd, aber könnte man nicht... Hier, was... Haben wir schon schon tausendmal versucht? Ich glaube, wir haben es schon fünfmal versucht. Ich raff's nicht. Hier ist eine Werkbank. Hier ist eine Scheune. Hier ist auch irgendwo ein Nagel. Haben wir etwas, wo ein Nagel vielleicht drin sein könnte? Was machen wir mit dem Holzbohrer zum Beispiel? Damit haben wir das fast, glaube ich, angebohrt. Auf jeden Fall haben wir das schon gemacht. Aber warum ist das Item dann noch da? Besuch Big Whoop. Sofort. Aber es sind weder Bilder noch Karten drauf. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte... Ein Schirm der Marke Cervantes. Sehr... Er ist so hübsch. Das ist nix. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Spielgeld nützt hier nicht viel. Haben wir da schon durchgeguckt? Sicherlich auch schon hundertmal. Da steht ein DeLorean drin. Da ist jemand drin. Ja, eigentlich interessant. Sprich doch mal. Ah ja, okay. Mal mit jemandem reden, ja. Eine Spalte sprechen. Was muss man machen, um in eines... Da ist die Hüte mit dem Typen! Tot umfallen! Moment, was war die Sache? Was muss man machen, um in eines dieser Gräber zu kommen? Tot umfallen! Ja, also wir müssten tot umfallen. Kann man auch... Benutzt mal den LeChuck. Das ist wahrscheinlich Quatsch, aber... Nein, das wäre zwecklos. Skelettarm? Ich kann den Skelettarm nicht... Tot umfallen. Ja, das ist natürlich der... Die Leiche aus dem Bett. Ja. Ja. Aber kann man mit ihm nicht noch irgendwas machen? Kann man ihm nicht sagen, gib uns ein... Wahrscheinlich geht's jetzt nicht. Ja. Ein verfickter Nagel. Vielleicht ist es kein... Er sagt ja nur, man kann es nicht halten. Es kann vielleicht auch was Schweres sein. Etwas Klebriges. Ein klebriger Teersatz. Können wir den wieder mitnehmen? Nee, ne? Aber den Nagel mit dem klebrigen... Das ist ein Supernagel, wird sozusagen. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Nein, er redet nicht mehr. Das Fass mitnehmen kann man nicht, ne? Er ist jetzt damit beschäftigt, das Schiff zu verabrieren. Das haben wir ja sogar dann abgegeben. Ja, aber... Es war schwierig genug, ihn hierher zu bekommen. Da haben wir Seewasser. Guck mal das Seewasser an. Bitte. Die Prospekte haben nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich kristallklar. Tja. Also... Geh nochmal zu dem Bett, bitte. Lass uns nochmal zum Bett. Ja, gleich. Mal schauen. Warte mal, haben wir noch irgendwo was sein können? Wir waren jetzt echt überall. Nee. Also ich bin fast bereit zu sagen, der Nagel existiert durch diese Insel nicht. Sofern wir hier jetzt nichts finden. Na gut, dann gibt es nur noch die Totenkopf-Insel. Ja, aber das... Ich raff's nicht. Gabel. Ich bekomme diese Gabel auf keinen Fall daraus. Dieser Nacho-Käse wird... Ich kann den Meißel nicht damit... Wie Leim. Wie Leim. Nimm mal die Seife. Ich kann den Magnet... Ich kann den Magnet... Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Kann man nicht sogar die Items irgendwie... Es gab... Ups. Es gab eine Möglichkeit, glaube ich, die Icons so durchzunehmen. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse... Was, die Gabel ist wichtig? Weiß es nicht. Ich bin mir echt unsicher. Man sollte schon irgendwie... Hab ich das Gefühl, die ist wichtig. Die Gabel steckt in all... Mit dem Skelettarm. Mehr weiß ich nicht. Das will ich nicht durchschneiden. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Das Let's Play sollte so heißen. Das klebt. Und dann klebt die... Das Bett unten fest. Madame Xima, ich... Hin fort. Du wirst allen, die dich umgeben... Den Tod bringen. Hier brüßes Auge. Das kann nichts Gutes hervorbringen. Geh nochmal zum Bett, bitte. Das ist doch nicht zu fassen. Gurken. Will er nicht. Fenster. Warum gibt's da ein Fenster? Man kann auf den Friedhof schauen. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Fenster. Bequem. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Uah, Porzellan. Es geht nicht auf. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. Ein Nagel sagt er, er würde niemals halten. Heißt das automatisch, dass wir zwei Nägel brauchen oder dass wir komplett was anderes brauchen? Ich glaube, dass wir im Chat irgendjemand gesagt hat, ihr braucht zwei. Deswegen habe ich das noch so... Zugenageltes Loch. Man kriegt die Nägel aber nicht. Mit dem Skelettarm. Ich komme nicht dran. Sobald man irgendwas interagiert, während das Bett unten ist, geht's wieder hoch, ne? Ja. Was ich nicht verstehe ist... Warte mal. Wie kriegt man die Gruft auf, wenn man tot ist? Mit dem Skelettarm. Aber das haben wir doch bestimmt schon versucht. Ne, er meinte ja, wenn du tot bist, dann grabe ich dich ein. Das ist, glaube ich, das, was er meinte. Ups. Das fällt mir sehr schwer. Ich will nur nochmal... Ein Nagel wird niemals reichen, um das Bett unten zu halten. Haben wir irgendein Gewicht? Das ist schwer. Hammer. Das Schwerste, was wir haben. Magnet. Ich habe einen Hand und einen Nagel. Perfekt. Sobald ich etwas finde, womit ich das benutzen kann. Benutzt du ein Magnet mit Bett? Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Ich drehe durch. Regie. Wir haben jetzt eh Werbung. Ja, aber währenddessen werden wir mal... Also, ich will jetzt nicht nachgucken, aber wir lassen uns mal von der Regie gleich einen Tipp geben. Nein. Nee. Ja, aber dann werden wir gleich nochmal... Okay, mir auch egal. Ich werde nicht der sein, der hier den Hate abkriegt. Dann werden wir halt 30 Minuten lang nochmal dasselbe machen. Schaltet schon mal jetzt ab. Nein, ihr bleibt natürlich dran, denn ihr wisst nicht, ob wir nicht vielleicht doch noch drauf kommen. Es kommt uns gleich. Und wie lacht der eine. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hier, Knallert durchgenommen aus der Kommandozentrale Monkey Island. Es macht sich Unmut langsam breit. Nein. Verzweiflung. Verzweiflung, nicht Unmut. Wir haben einen kleinen Tipp aus der Regie gekriegt, der wirklich nur minimal ist. Die Regie sagt, wir sind hier schon im richtigen Raum. Ich tippe auf die Gabel. Ich tippe auf die Gurken oder so, aber ich weiß nicht warum. Die Gurken nimmt dann nicht, weil die schlagen immer auf die Linie. Hm, Gewürzgurken. Aber, na, die Sch... Ja. Okay. Was brauchen wir denn? Wir brauchen dann etwas zum Befugeln. Ich probiere mir die Puppe, weil die neu ist. Vielleicht hat er ja Angst vor der Puppe. Sprich nochmal mit ihm vielleicht. Lass mich kurz einmal die... Spielst du mit mir? Es hätte ja sein können. Ahoi, Kameras. Du meintest... Entschuldigung, was meintest du eben? Ich meinte, sprich nochmal mit ihm. Mit ihm. Also wir haben den Spucknapf, wir haben diese Gabel und wir haben die Gurken. Und hinten diese... Dieses Leuchtreklame. Sag mal, der Vulkan ist ausgebrochen. Das haben wir irgendwie nicht. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß. Das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Ah, das ist der schönste Tag meines Lebens. Neben dem Tag, als Großvater den Austern-Keks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-Vous-Viches-Soir, ein dramatisches Musical über eine talentierte, junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Jetzt können wir das aber machen. Ich dachte, dass jetzt vielleicht was passiert. Dass jetzt irgendwie der nächste Event getriggert wird und wir eine Aktion machen können. Was hat er da für ein Glas vor sich? Ist da irgendwas? Nö. Grog. Grog? Nimm. Erstmal angucken. Das ist unser Grog. Das ist doch komisch. Kriegt man was in den Grog rein? Ich denke auch. Ja, irgendwas muss es damit sein. Das ist die einzige Sache, wo man noch wirklich interagieren kann. Kann ich den Grog nehmen? Nein, er trinkt ihn. Scheiße. Das hast du doch eben schon gemacht. Ja, aber ich war mir nicht sicher, weil jetzt haben wir ihn ja frisch bekommen. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn beim zweiten Mal nehmen. Weil ich wollte ihn hiermit kombinieren. Mit der Gabel, weil dieser Grog ist doch immer so ätzend. Irgendwas in den Grog reinmachen. Ich denke auch, das wird sein. Aber du erinnerst dich vielleicht. Der ätzt sich ja auch durch alles durch. Ich möchte einen Drink, bitte. Okay. Okay, was kann man da reinmachen? Das bringt wahrscheinlich nichts, oder? Das macht den Drink umso ansprechender. Trinken. Echt? Ja, klar. Ja, und dann mit Schiff. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person, anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skow! Das scheint wichtig zu sein, ja. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Jetzt sind wir tot und kommen in die Kuft. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Das ist ja ein geiler Effekt. Genau genommen. Oh, ich fühle. Ja, das ist aber nicht sehr logisch, das Rätsel. Ach komm. Ich bin happy. Also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sackträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzenbord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Totengräber sieht nur Tote. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Mir ist sicher auch freut. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von Lukas Arz gar nicht sterben. Hm, Meta-Ebene vor 19, glaube ich so. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Ist es schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt? Ruhe in Frieden und all das. Da kriegen wir unseren Nagel. Geil, Mann. Okay. So, das war's, Freunde. Null von acht der Punkten. Hey. Ich bin nicht wirklich tot. Die Musik. Hier ist ein Skelettarm. Okay, wir nehmen... Wie kommen wir raus? Holzbohrer. Holzbohrer? Ja. Das Kreuz. Hä? Ah, gute Idee, aber... Man kann auch gar nichts... Man kann gar nichts machen. Skelettarm benutzen. Und warum eigentlich nicht? Äh, nee. Man muss den ja benutzen. Man kann ja mit nichts interagieren. Ach, so meinst du das. Er ist völlig knochig und unheimlich und so. Die Zauberkräfte müssen auf etwas anderes... Ich muss den Hammer mit etwas anderem benutzen. Er ist scharf. Was hast du gerade gemacht? Er ist scharf. Er ist spitz. Ganz schön scharf. Öh. Jetzt hab ich alles. Du hast irgendwas benutzt gerade. Irgendwas ist doch weniger geworden, oder nicht? Nö. Er ist scharf. Ich muss den Hammer mit etwas anderem benutzen. Es ist gummiartig. Ja, warte mal. Kann ich den... Okay, das war... Das war dumm. Das war so dumm. Wie komm ich dir wieder raus? Ähm, so? Nein. Ja, aber was genau meinst du da? Ich habe einen Hammer und einen Nagel. Perfekt. So kann ich das finde, womit ich das benutzen kann. Nein. Na gut, okay. Das macht Spaß, aber ich muss ihn mit etwas anderem benutzen. Nein. Ich kann ein... Ich kann ein... Nein. Nein, ne? Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann ein... Ich kann ein Ballon nicht damit... Ich kann ein Ballon nicht damit benutzen. Ich... Ich will den Dolch haben. Ich... 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 Warte, da war was? Nein. Oh nein, okay. Geh doch mal raus, bitte. Und guck erst mal die ganze Gruft. Ist nicht irgendwo... Nichts. Absolut gar nichts. So. Sarg. Da. Ach, ich bin da. Ich denke die ganze Zeit, ich bin hier. Verstehst du? Ich dachte, ich bin der Typ. Das ist mein Sarg. Ja, dann ist ja klar. Dann will mir irgendwas hier von... Ich kann den Hammer nicht damit... Holzbohrer. Nein. Das war der Meißel. Der eigentlich... Haben sie aber auch clever gemacht, dass man... Da sind die Nägel! Du hast so geilen Recht. Ey, du hast so geiles... Hoch. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Ich sag Murray. Von den Toten. Ja, das muss eigentlich Murray sein. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Ein Moment mal. Ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Kannst du die anderen auch noch nehmen? Ja, nice. Okay. Das müssen wir nicht genug. Ich kann das Bett ja runternageln, um... ... in die Gruppe zu kommen. Okay. Ne, was machst du vor? Achso. Den Sarg irgendwie aufmachen. Ich kann den hammeren. Ja, man darf nicht vergessen, wir spielen... Es gibt eine Easy- und eine Normal- und eine Hard-Version. Ah, Stamm! Ach, gut. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Hm, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Äh, ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Äh, weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe, riesige menschenfressende Reptilien, gefährliche Treibsandgruben, schießwütige Duellanten und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Im Sarg. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit... Das kann auch J.J. Abrams sein. Jetzt ist nicht die Zeit. Wie ist sie ans Laserschwert gekommen? Stell doch nichts zu fragen. Lass uns nie wieder drüber reden. Guck nochmal vorher, ob hier noch irgendwas ist. Ich muss nochmal mit ihm reden auch. Aber ich denke fast, das wäre das Schädelstapel. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt, ab mit dir. Okay, wir müssen raus. Ich dachte, alles Büro vielleicht. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall das Bett nageln. Da wird endlich mal wieder genagelt in dem Bett. Ja. So. Hallo Leute. Ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den Totentypen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Okay. Endlich wird genagelt. Die ganze Nacht warten wir schon. Pack den Hammer aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Ja, noch den anderen Nagel. Kann sein, dass ich noch einen weite? Dreck. So dumm. Das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. Nehmen Sie das. Familiengeschichte. Aber was bringt uns die jetzt? Die war so schwer zu bekommen. Jetzt müssen wir die Bretter im Hintergrund noch wegmachen, wahrscheinlich. Ja. Ui. Ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Suche. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Eber. Das gibt nicht genug Hebelwirkung. Scheiße. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Jetzt endlich mein Holzbohrer. Ne, ich glaube auch nicht. Den haben wir einfach schon benutzt. Ja, aber dann wäre er weg, wenn man ihn nicht mehr braucht, oder? Die Sachen verschwinden doch dann. Regenschirm. Es gibt vielleicht auch manche Objekte, die sind für die schwereren Rätsel. Ja, das meine ich. Was ist denn, guck dir erst mal das Buch an. Wofür haben wir denn jetzt dieses Buch da unten? Stimmt. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meisterschaft Für wen war nochmal das Buch? Irgendwo. Und dann steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Stands allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Sie ist sogar laminiert. Laminiert ist scheinbar wichtig. Könnte man das den Piraten anbieten auch nicht, oder? Ist das von Wert? Ja, könnte sein, ja. Also wir haben auf jeden Fall zwei neue Items, immerhin. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Ist da ein Auge? Nee. Ich bin noch nicht zufrieden. Hebelwirkung. Mal guck das mal an das Loch, das zugenagelte Loch da. Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Aber vor allem, wie kriegt man das Bett jetzt überhaupt wieder hoch? Kann man mit den Nägeln noch interagieren? Ich werde es gleich versuchen. Irgendwas? Nee. Na, vielleicht der Skelettarm. Ich kann den Magnet da... Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Okay, äh. Ich kann da wirklich nichts mit machen. Nicht genügend... Ich kann den Hammer nicht. Nee. Aber hat es... Haben wir uns das eingebildet, dass der irgendwann da hinfliegt durch die Wand? Ich weiß es nicht. Es kann auch echt so sein. Ich habe das irgendwie... Ich habe das so abgespeichert, aber vielleicht habe ich das... Vielleicht ist das ein schwere Rätsel, dass du nur in die Gruft kommst. Nee. Nee, auch nicht. Aber, ähm, ja, mal gucken. Wir haben das Buch. Ich meine, das muss doch wichtig sein. So, was machen wir damit? Äh, Buch, Buch, Buch. Steht hier nicht, ne? Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Okay, jetzt klicken wir uns einfach mal überall durch, oder? Mit dem Buch. Ja, du kannst natürlich nochmal zu den Poker-Piraten gehen. Ja, du schwere meinen. Aber... Ist vorher noch was auf dem Weg? Auf dieser Insel. Leute, mit denen wir reden könnten. Noch mal zu Stan rein. Jetzt. Guck, der hat seinen Shop aufgebaut. Ach. Es ist weg. Es ist weg. Okay, was haben wir hier noch? Dem kannst du vielleicht mal ein Skelett angeben. Zum Trade oder so. Ich habe schon einen schönen Skelett. Gib ihm den einfach mal, ja. Ich glaube nicht, dass er da... Ich kann das Buch nicht... Nein, das wäre... Red mal mit ihm. Red doch erstmal mit ihm. Mein Piraten... Ja, okay. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nie zu viel bereutest. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolize leisten kannst oder nicht. Ob du es dir leisten kannst. Keine zu haben. Keine zu haben. Guter Spruch. Kannst du dir eine Versicherungspolize leisten? Nun, wie viel kostet die denn? Ein Goldzahn. Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll. Wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld... Äh, ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist. Muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Mh, mh. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Was hätte man denn gemacht, wenn man den Goldzahn nicht mit aufgenommen hätte auf die Insel? Hätte man von der Insel gefunden ohne den Goldzahn? Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Wehr dich. Habe ich das jetzt schon abgeschrieben? Ja. Okay, das ist unser Einsatz, oder? Der Insel, aber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld. Ja, das ist es wohl. Geil. Auf zur Totenkopf-Insel. Yeah, mein Freund. 40 Minuten haben wir noch. Ich weiß ja überhaupt nicht, was kommt. Aber die Insel selbst kann ja gar nicht jetzt so, wir holen den Ring, fahren nochmal zurück, stecken den Ring an, dann gibt es sicherlich eine Cutscene und irgendwas wird passieren. Ich würde gerne raus zur Totenkopf-Insel, bitte. Aber wir haben ja noch gar nichts mit LeChuck und das ist ja quasi noch gar nicht Endgame gefühlt. Deswegen brauchen wir sicher noch ein bisschen. Ups. Okay. 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 Das muss es sein. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Doch, 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 doch. Okay, spielen wir um den Diamanten. Vielleicht muss ich die Menge Geld. Sie müssen ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Vielleicht muss ich erst sterben, bevor ich die Menge Geld kriege. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Geht nicht. Hast du die schon angeguckt? Ja, kriegt man eine Menge Geld, steht da. Okay, wir müssen... Ich habe bereits versucht, sie zu lesen und ich verstehe sie immer noch nicht. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Ich bin nicht deprimiert. Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Ich kann hier halt auch einfach nicht... Mich nicht einfach mal so hinsetzen oder so. Shit. Shit. Oh Gott, ich würde wahnsinnig. Okay, also, wir müssen unseren Tod vortäuschen. Sind ich das richtig? Würde ich sagen, ja. Damit wir an die Kohle kommen. Entschuldige. Ich will zurück nach Blood Island. Okay. Zeigen wir Stan mal die fünf Tarot-Karten. Vielleicht reicht ihm das. Dass wir zum Tode geweiz sind. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich mag die Idee. Äh... Zelda, genau, ja. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Äh... Die... Genau. Die Karten. Ja, nee. Ich glaube, echt, du hattest vorhin recht, dass wir die beim Pokern brauchen. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Kann man da noch irgendwas einsammeln? Guck mal. Such mal den ganzen Laden nochmal ab. Da haben wir auf der Tisch Geschäftsführer-Ding. Foto. Ist das das Foto, das schon in dem Rahmen war? Nein. Das ist meine Frau. Mann, ich wünschte, die Leute würden aufhören, diese Frage zu stellen. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Kannst du sie nehmen? Mh... Nein. Denkerlampe. Mh... Nein. Daher hinterkommt. Die Aktenschränke sind dann noch neu. Mh... Nein. Kalender. Mh... Nein. Mh... Wasser können wir holen, Diplomen, okay. Mh... Nein. Es ist vom Karibischen Institut für Korrespondenz. Piraten tr... Trinken keinen Puck ins Wasser. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolize. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Mh... Ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu... Der Tuttengräber, ja. Irgendwie müssen wir zum Tuttengräber. Bruder. Mit dem Reden. Doch, doch. Der denkt dann, wir sind ein Geist. Und... Weiß ich auch nicht. Ich wurde gerade lebendig begraben und ich... Ich denke, ich sollte dich daran erinnern, dass ich als Angestellter der Regierung nicht für versehentliche, lebendige Beerdigungen haftbar gemacht werden kann. Aber warum wurde ich gerade in dieser Gruft begraben? Die einzige andere Gruft ist die der Familie Meistersuppe. Sie ist nur für die Meistersuppe-Familie. Jetzt geben wir ihm das Buch. Sie wollen einfach nicht, dass irgendein Bürgerlicher die Ewigkeit mit ihnen... Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Okay. Wir müssen mit den anderen begraben werden. Dafür brauchen wir das Meisterbuch. Okay. Wir müssen nochmal den Grog trinken. Da ist die Gruft der Familie Meistersuppe. Und nochmal sterben. Das ist eine feine postmortale Immobilie. Das sage ich dir umsonst. Und wir müssen jetzt unsere... Mach mal unsere Police in das Meisterbuch rein. Geht das? Ich kann die Versicherungspolize damit nicht... Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkasse... Das ist ja der Lebensbau... Der Stammbaum von unserer... Kann das Buch nicht damit nicht... Vielleicht müssen wir es auch einfach nur im Gepäck haben. Nee. Okay, einfach nochmal Grog trinken. Wir können ja gar nicht mehr da rein jetzt im Prinzip. Aber wir haben das gar nicht mehr. Doch. Haben wir noch. Da rechts oben. Ach, das ist recht. Die Frage ist, können wir nochmal einen Drink kriegen? Auf eigene Gefahr, oder? Na gut, das musst du selbst wissen. Ja. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Okay, es geht nochmal. Also muss es auch irgendwie... Ist der Typ schon wieder drin? Nee, er tut nur so. Nein. Dieses Mal bin ich mir sicher, dass er fertig ist. Klar. Hab ich dir zu langsam gar noch klicken? Nee, ich hab einfach nur aufgehört. Das ist immer so. Und Spaß. Nein! Wieso? Wir sind in der falschen Gruppe. Aber ist das jetzt nicht ein Beweis? Was für eine Überraschung, dass du mal vorbeischaust. Siehst du, das ist genau das, wovon ich geredet habe. Aber reicht das ihm jetzt nicht? Naja, mach mal, aber ich mein eigentlich... Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolize. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Ich bin tot, wirklich. Besitzt du irgendeinen Beweis, dass du tot bist? Nun, Herr Neunmal klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Also, ich glaube, dass wir nochmal mit dem... Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ewa! Irgendwas. Er ist tot. Offensichtlich. Wir wollen tot sein. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ist nix mehr, ne? Wir sind so nah, Simon. Das will mir auch grad nicht... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Hm, nein. Weißt du mal, er könnte seine Klamotten... Also, wenn man ihn rauskickt... Also, kann man ihm vielleicht seine Klamotten klauen... Dann ist man der Typ oder so... Alles ein bisschen... Das will ich nicht schmieren. Das will ich nicht schmieren. Was gibt es denn da für einen Beweis, dass ihr tot seid? Nee. Was gibt es denn da für einen Beweis? Eintrag, Puls, leerer Puls? Es ist ein Skelettarm. Wir brauchen einen Beweis, dass wir tot sind. Irgendwie müssen wir... ...Zombie. Ja, auch nicht mehr. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich... ... ... ... ... ... ... Sibon. Ja, ich ... ... leider auch keine Lösung. Ich will vielleicht doch nochmal mit dem Typen reden. Also hier, genau. Neben dem Totengräber, ja. Einfach mal gucken, ob man dann noch eine Info bekommt. Unser Name da drauf schreiben. Du hast fucking recht. Oder? Ja, jetzt kann es gehen. Oder? Ich würde auch sagen, das ist der Beweis. Warum dann nicht schon vor? Ja, weil da logisch ist noch kein... Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Shit. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Aber das ist die Lösung. Das macht total Sinn. Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Ich hab mich gefragt, gibt es keinen schöneren Ort auf Blood Island, an dem man begraben werden kann? Nun, da ist die Gruft der Familie Meistersuppe. Ja, versuch's mal mit nem ganz unbehaunen Ort. Das ist nicht mein Job. Okay. Die müssen uns für einen Meistersuppe halten. Dabei haben wir ja schon dieses Buch. Wie kann man... Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Schumme von... Achso, der Inhaber dieses Dokuments. Nein. Quatsch. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Der Leiche schon mal untergeschoben? Ja, das war das. Das hast du auch gemacht? Das hab ich grad versucht. Beides buchen. Nein, das wäre zwecklos. Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Denktaufe. Vielleicht da? Kann mir den Barkeeper irgendwie erklären, dass man Meistersuppe isst, bevor man stirbt oder so? Ich bin kein Vandale. Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. Ich kann das Buch nicht an... Damit kann ich den Ring sch... Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Spray am Rad. Geöffnet. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ich kann das Buch nicht damit... Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Ich kann das Buch nicht damit... Wenn man schon irgendwas in den Sarg reintritt... Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Irgendwie... Es ist eine würzige, koffeinfreie Kaffeealternative. Du hast es schon versucht. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich, ähm ... Wir müssen mal irgendwie anders denken. Das kann ich nicht. Wir haben noch das Rätsel mit den Kerzen. Äh, mit dem Durchzug. Ich denke, das ist sobald wir spielen. Ich glaub, wir können gegen den Poker nicht gewinnen und müssen uns betrügen, ja. Aber ey, wir sind so nah dran, das ist wirklich ... Vielleicht hat die Regie ja. Ihr sollt uns bitte keine Tipps geben, aber vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, so wie vorhin, näher einen Tipp ... Also halt nicht ... Na, also ein Tipp eher als die Lösung, ne? Irgendwie so was. Das vorhin war doch schon richtig. Genau, sind wir auf der richtigen Insel? Brauchen wir vielleicht noch einen Gegenstand? Irgendwie so ... Das letzte Mal hat dir auch geholfen, als wir wussten, wir sind im richtigen Raum. Da kamen wir dann ja auch von selbst drauf. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Also ihr seid auf der richtigen Insel? Ich hör gerade von der Regie, wir sind auf der richtigen Insel. Das haben wir natürlich schon gedacht. Das ist insofern ... ... ein Okay-Tipp. Ich kann euch schon mal so viel sagen, dass ihr noch mal ins Hotel müsst. Noch mal ins Hotel. Okay, das reicht erst mal. Aber hier waren wir doch auch so häufig schon. Okay, wir versuchen es noch mal mit ... Oh, was ist denn ... Nicht irritiert auch immer noch ... ... diese Reklame da im Hintergrund. Oh, ich nehme mir mal gerade die Heizung kurz ein bisschen. Hinfort! Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Vielleicht haben wir was über den Dialog noch nicht richtig. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grießwald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppen- Vielleicht müssen wir sagen, in dem Strich, wir sind auch ein Meistersuppe. Aber dann kann ich das doch kennen. Nun. Ah. Ah! Ja? Okay. Wir machen jetzt so wenig über die Dialoge. Man kann nicht in der Familiengrove der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswald, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Da war doch was mit Wantan. Wantan. Wantan? Ich habe mehrere Jahre im Orient verbracht. Ne. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Ähm. Machen wir das Zweite. Dann erzählt er uns ja was. Aber wir hatten doch diese Gespräche schon. Vielleicht haben wir dann neu geladen. War das noch mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, sie meinen die, die... Ja. Baron Salmon Bisque de Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Scap Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur vier Jahren baute er die größte Suppenrestaurant-Kette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen Dehrer von Meistersuppe. Ich, ich bin mir ernst. Ja, das ist immer so ein bisschen tricky, ne? Man denkt, es ist nicht so, wie er muss einfach alle Dialoge durchklicken. Bin gekommen zu Rätseln, nicht um zu reden. In den gefehlten um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruppe dran. Darauf trinke ich einen Trock. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Danke, Regie. Das war ein guter Tipp. Der hat uns gerade so viel gegeben, wie wir brauchten. Ja, aber komisch eigentlich, ne? Weil die haben auch nur gesagt, ihr seid im Hotel nicht falsch. Im Hotel nicht falsch, wo wir halt auch schon tausendmal waren. Hat's jetzt schon geklappt? Der ist schon mit Schuss. Ja, aber dann ist ja klar, irgendwann sind die Optionen aufgebraucht. Und dann reden wir. Reden ist die letzte Option für uns. Wir sind Piraten. Na klar. Wir lassen Taten sprechen. Das kann nicht gut fürs Gehirn sein nach dem dritten Mal. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als ein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der betrauerte Wantan-Meistersuppe in der Familiengruppe der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Oh, welch feine Gruft. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Alter, da kommst du raus wieder. Ah, Lumen. Wow, es ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Oder es ist Monkey Island 1. Es ist Monkey Island 1, oder? Es kann auch Lumen sein. Nee, Zack ist es nicht, ganz sicher nicht. Oder vielleicht ist es... Ich weiß nicht. Große, springende Affen. Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare. Sie kommen genau auf mich zu. Wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. Wiesen. Hoch. Es ist eine Gedenktafel für Mini-Strone-Meistersuppe. Oh, hallo. Wer bist du oder was machst du hier? Ich bin Mini-Meistersuppe, letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe der Bekantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war schon vorher. Echt? Oder? Was ist denn diese 3D-Adventures schon vorher? Ich war in Insel Schönheit von Blood Island. Nee, du hast recht. Das kann nicht sein. 97. 97. Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh. Dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verlobten uns. Fußbodeninspektor. Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herz. Ja, wie Padme. Ja, stimmt. Offensichtlich doch. Da soll mal einer erzählen, das hätte er sich ausgedacht. Um sich eine gängige... Gab es auch andere Bewerber, die du attraktiv gefunden hast? Nun, da gab es einen, bei dem hätte ich schwach werden können. Der junge Charles de Goulache. Er hatte solch ein strahlendes Lächeln. Charles de Goulache ist ein guter Pen-Paper-Nam. Ist schon komisch. Ich habe keine Ahnung. Eines Abends stieg er im Hotel ab und ich sei nie wieder. Der junge Mann, der im Bett liegt. Was ist mit dem jungen Mann geschehen, den du so sehr mochtest? Nun, das letzte Mal sah ich Charles, als er im Hotel eincheckte. Deswegen müssen wir immer noch ihn vom Hotel in die Gruft schießen. Dann gibt die uns vielleicht den Ring. Geh ins Licht! Wenn es nur so einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Darauf kannst du wetten. Du hast wirklich schöne Augen. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben. Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Wie ist das Schwein? Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling. Mein Honigkuchen. Mein Knuddelduddel. Mein Lechak. Lechak ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Okay. Das vielleicht noch eher schrecken. Lell, weil sie schon tot ist. Okay. Ja, oben da, ne? Ah, ne, es ging ja nicht. Ja, wir brauchen ja noch irgendwas. Das ist so ein Zimmer. Ne, wir wollen ihren Ring. Den kriegen wir sie jetzt aber noch nicht. Wir müssen die Leiche hier reinkicken. Aber dann sind wir genau da, wo wir schon waren. Ja, das ist fürchte ich auch. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Irgendwas müssen wir hier noch mitnehmen. Ah, das ist schon mal sehr gut. Damit kriegen wir den Typen. Zack. Hat genug Hebelwirkung. Das war's. Glaubst du, ob es hier noch was gibt? Das ist Murray. Ja, oder? Hinter der Spalte wahrscheinlich. Stirb! Er hat sich schon noch freut. Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich dummkopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Ja, eher überrascht. Ich bin mir überrascht. Oh. Aber, aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sarg kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob. Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Dann nehmen wir ihn doch mit. Er wollte es doch. Jetzt haben wir ihn. Endlich! Er kann einfach nicht aufhören zu jammern. Ich will jetzt nicht mit Murray in ein Gespräch verwickelt werden. Ist das der Beweis, dass wir tot sind? Eigentlich nicht, ne? Wir brauchen, also wir sind ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, jetzt kommen wir hier. Warte mal. Hä? Ich komme nicht dran. Wo genau ist denn diese Spalte jetzt, wo wir sind? Von der Gruft. Von der Gruft geht die. Ja, aber von wo? Der rechts? Ne, das kann nicht sein. Ah, der benutzt! Den Skelettarm! Den Skelettarm! Endlich! Achievement! Skelettarm benutzt! Ist er weg? Er ist immer noch da. Wir können also noch weiter Skelettarmen. Es ist eine glühende Laterne. Muss ich hier noch mal was machen? Ich gehe mit meiner Laterne. Die Strahlen! Es sieht aus, als schreibt er an einem Horror-Roman. Er heißt Der Grog, der Leute trank. Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Sehr gute Frage. Unheimlich. Hier kann er eigentlich unmöglich sehen. Es ist ein Poster von Vampir12. Die große Sauge. Es ist das Poster für ein richtig mieses Monsterbuch. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Ich komme nicht dran. Jetzt kann er noch mehr hier mitnehmen. Ich komme nicht dran. Oh, schade. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich wette, es würde ihn wirklich gruseln, aber ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ja, es ist unrealistisch. Ich weiß. Ohne Lipschack. Es sieht aus wie eine Halloween-Maske. Ich komme nicht dran. Ja, ist ja gut. Das ist ein Haufen blöder Horrorgeschichten. Glaube. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister! Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppe-Gruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Bölger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Barockmusik. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Barock and Barol. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den noch kriegen. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, bestimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Komm und sie durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diepischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horror-Romanen gelesen. Also nichts da. Du musst Horror-Romane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Wir reden nochmal weiter mit dem. Ist alles durch dich. Ich glaube, wir müssen den Lutschachter anwenden. Jetzt müssen wir in eine krassere Geschichte. Meine Überlichtgeschwindigkeitsschiff ist in einer Sub-Raum-Anomalie gefangen. Goldene Stab von Keton. Ich weiß nicht, welche davon. Ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben von Keton, um Frieden ins Reich zu bringen. Trägst du das Mal des Ticks Blick, des Auserwählten, den die Schriftrollen des dritten Schatten prophezeien? Ich hatte gehofft, du würdest das nicht fragen. Was ich sagen wollte, war... Mein Überlichtgeschwindigkeitsschiff ist in einer Sub-Raum-Anomalie gefangen. Du hast kein Schiff. Jeder echte Überlichtgeschwindigkeitsreisende wüsste, dass die Umkehrung der Polarität eines Ionenflussfeldes in einer sich expandierenden Tachionenwelle resultiert, die wiederum eine Neutrinospur hinterlassen würde, der man aus der Anomalie folgen könnte. Was ich sagen wollte, war... Ich bin ein wütender und verwirrter Geist, welcher in dieser Gruft spukt. Dann mach, dass du vor mir erscheinst. Wie bitte? Wenn du ein echter Geist wärst, könntest du dich in einer geistartigen Form materialisieren. Steht alles in den Büchern. Dann lass mal sehen. Ist der unheilvolle Klang meiner körperlosen Stimme nicht Beweis genug? Murray könntest du vielleicht durch den Kopf werfen. Äh, durch den Schlitz. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Leider kann ich Murray nicht... Das ist aber dumm, weil Murray will doch Leute erschrecken. Nein, das wäre zwecklos. Nein, das wäre zwecklos. Man könnte... Das kann ich von hier aus nicht. Also er schreibt einen Roman über Grog. Gut, wir haben aber keinen da. Hast du, glaube ich, auch schon alles, ne? Ich wette, es würde ihn wirklich gruseln, aber ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Shit. So ist man doch... Das will ich nicht durchschneiden. Ja, das ist albern. Das sieht nicht gerade verkatert aus. Das sieht nicht gerade aus. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Wir müssten in einer Form irgendwie erscheinen. So wie S. Luftballon. Aber ich wüsste auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich kann ein Ballon nicht damit benutzen. Ich kann es auch nochmal zurück und gucken, ob wir im anderen Raum mit der... Nein, das wäre zwecklos. Dass man die irgendwie da hinschickt. Naja, wir haben ja... Ja, genau. Wir haben jetzt ein, zwei Sachen ja auch bekommen. Vielleicht kann man die hier noch benutzen. Die Lampe oder so. Rechts war ja auch noch was. Hallo mal wieder, hübscher. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei. Kann man nach rechts gehen? Mal gucken. Ich glaube, da war nichts mehr. Zum einen hier diese... Der alternative Weg. Okay. Und da rechts ist natürlich zu. Ist klar. Die Tür geht sicherlich nicht auf. Ja, es ist der Totengräber. Aber ich dachte, vielleicht kann man mit der Lampe jetzt irgendwas machen. Es gibt keinen Weg hinaus. Geh mal mit der Lampe da hoch. Genau, vielleicht brauchen wir die ja da oben irgendwas. Hier? Bei dem Loch? Oder was? Ja, ich würde aber... Ich glaube, das ist nur ein Gag. Es kann sein, aber es kann auch sein, dass die irgendwas vorhaben hier. Das Loch ist zu klein für mich, um mich durchzuquetschen. Ach, hier gibt es sowieso nichts Interessantes. Ich sollte lieber einen anderen Weg herausfinden. Na gut. Sehr deutlich. Aber es könnte eine Lüge sein. Ich versuch's nochmal. Ja, ey. Wir müssen irgendwie uns materialisieren. Ja, aber sie ist doch ein Geist. Kann sie das denn nicht machen? Heizung. Gib mir Hilfe. Uh, das ist angenehm. In Schritthöhe. Mit Spinnweben und Mäuseknochen garniert. Nein, wirklich. Ich kann nicht. Ich bin satt. Vielleicht muss man das irgendwie so machen. Warte mal, du hast die... Ah, ich hab ne Idee. Murray, sag etwas Gruseliges. Buh! Ha, ha, ha! Ich bin ein furchterregender Totenschädel! Ich glaube, es klappt nicht, Guybrush. Okay, aber man muss hier Sachen mit der Spalte benutzen. Nein, nein, das wäre zwecklos. Was wolltest du? Äh, Schattenspiele mit der Laterne machen. Also, nicht mit der Laterne alleine, aber... Darauf kann ich kein Licht. ...das kombinieren, weißt du, mit irgendwas. Mit dem Guybrush, äh, mit dem... Murray. Murray, zeig, was du kannst. Okay. Unsere beiden Köpfe zusammen, ne? Ha, 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 ha! Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Holzmöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar, warte, ich komme. Gute Arbeit, Mary. Sehr gut. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Buah, ha, 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 ha. Oh, oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Okay. Können wir die noch mitnehmen, oder? Wahrscheinlich brauchen wir die nicht mehr, ne? Sie ist nutzlos, jetzt, wo sie leer ist. So was mag ich, wenn Items sozusagen... Ja, ist das Beste, ne? Jetzt regeln sie aus dem Bett. So lustig, dass die Laterne jetzt nicht geht, weil sonst hätte man sie ja auch nur in einem Leuchtturm einsetzen können. Stimmt. Deswegen haben sie das extra gemacht. Wobei, du musst ja, glaube ich, erst den Leuchtturm machen. Ja, kann auch sein. Aber ich weiß, ich bin froh jedenfalls, dass sie die Laterne nicht uns mitgegeben haben. Hi, Leute. Ich bin aus den niedersten Abgründen der Unterwelt auferstanden. Eure Neugierde überwältigt. Hoch. Brechstange. Bett. Buddy. Ja, wahrscheinlich erst. Ray Ring. Elaine. Ende. Das war so dumm. Das war sehr dumm, ja. Das war wirklich dumm. Keine Nägel mehr. Ende. Alles neu. Der Blick. So, now fly. My little friend. Fly, Skeletto. Fly. Up, up to the sky. Okay, das war gut. Was? Wie kannst du hier pausieren? Ja, ich will mal kurz die Regie fragen. Haben wir noch was oder ist jetzt Ende? Haben wir noch ein Teil? Halbe Stunde? Wir haben noch eine halbe Stunde. Dann machen wir jetzt kurz Werbung. Haben wir nämlich einen schönen Cliffhanger, oder? Ja, hier hängt es perfekt. Geschichten aus der Gruft. Es geht weiter mit Monkey Island 3. Wir haben beim Cliffhanger hier schön kurz pausiert, damit ihr gezwungen werdet, die vielen Werbespots bei uns auf dem Sender zu gucken. Und jetzt geht es weiter. Nice mit seinem Auge. Oh, tut mir leid. Ich habe sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade... Charles? Charles de Goulasch? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles. Das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles. Du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich... Ich liebe dich, Minnie Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles. Ja, tausendmal ja. Das ist ein bisschen Reifeprüfung, habe ich das Gefühl, Anspielung. Aber gut, keine Ahnung. Oh! Da gehen wir sogar hier. Minnie, Minnie. Hallo. Und der Ring. Endlich! Wir mussten nicht mal wieder hinlaufen. Er ist direkt da. Ich wette, wir können ihn nicht nehmen. So. Was genau? Okay, da ist kein Diamant dran. Das heißt, wir brauchen noch den Diamant von der Höhle und dann ist er fertig. Der Ring, ja? Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Morbide. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Den Ring, jetzt müssen wir nur noch, ja, also wir müssen da noch den Diamanten dran packen. Wir haben aber immer ja noch keinen Beweis, dass wir tot waren. Weißt du, was ich meine? Oder ist das der Ring? Oh. Aber du hast recht. Beweis haben wir irgendwie nicht. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere ihr verknöcherten Atten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Finde Dibra Shreepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Rennst jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Brau und mir Salat. Verflucht, Herr Hallubrisch. Sie geben einem nie genug Salat. Weil ich sie spart will. Und so schließt sich der Kreis, wenn du, ne, Salat. Als hätten wir es gewusst, aber nee. Ich weiß schon mal, wo er den nicht bestellen sollte. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Aber das ist ja... Versuch's mal mit dem Ring, aber das kann's eigentlich nicht sein. Als hätte er ungefähr Elanes Größe. Aber damit er komplett ist, fehlt ein Diamant. Wollte ich gar nicht probieren. Ähm... Immer wenn man ein Rätsel löst, dann denkt man, man hat's, und dann kommt doch noch irgendeine Stelle. Also wir haben auf jeden Fall diesen Ring. Das war ja so oder so wichtig, dass wir das machen. Jetzt... Immer noch zu der scheiß Piratenhöhle. Verdammt. Kommen wir aber nicht wirklich weiter bei allen anderen Rätseln. Wir haben immer noch nicht einen Beweis, dass wir gestorben sind. Oder? Ja, vielleicht kannst du jetzt... Vielleicht gibt's einen neuen Grabstein oder so. Oder man macht's auch wieder über den Dialog vielleicht, ne? Hat er davon gehört oder so. Klecks, der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Eggs. Verdünnte es mit Gin. Geh nochmal. Genau. Das ist eigentlich ein guter Hinweis auch über die Verdünnung mit Krok. Mit dem Krok. Weißt du? Das ist richtig. Okay. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Gut. Also. Ich will einmal nur kurz mit ihm labern. Vielleicht gibt's eine neue Dialogoption. Willkommen zurück bei Stands Allgemeine. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolize. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Ich bin tot. Wirklich. Besitzt du irgendeinen Beweis, dass du tot bist? Nun, Herr Neunmalklug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Ja, war ein guter Versuch, aber... Okay, hochgehen bringt ja auch nix. Du hast mit dem Leichenbestatter schon nochmal geredet oder so? Ja, der ist ja nicht mehr da. Ja, aber deswegen, vielleicht kann man ja jetzt irgendwas Neues bei ihm machen. Ich mach mich auf den Weg, den rustikalen Scham von Platten zu erkunden. Also, der ist nicht mehr in seiner Hütte, hat er ja gerade gesagt. Also, ich... Ach so, Entschuldigung, das habe ich nicht drauf geachtet. Du hast das schon versucht, und er ist nicht in der Hütte. Okay. Ich kann es nicht herunterziehen. Aber ich mag es, wenn diese Rätsel-Elemente auch weg sind. Einfach, okay, das ist nicht mehr. Aber es kann sich wirklich nur noch um ein, zwei Punkte handeln, die wir hier machen müssen, um dieses Rätsel endlich zu lösen. Okay, vielleicht müssen wir nochmal auf die andere Insel. Weil hier fällt mir jetzt wirklich gerade nichts mehr ein. Friedhof nicht mehr. Rätsel-Elemente ruft waren wir. Kann eigentlich nur... Ich meine, die Frage ist jetzt, was könnte man den Geraden geben? Den Ring halt. Ja. Kann man versuchen. Aber ich glaube, es ist halt die Kohle für die... Ja, aber es ist ja der Einsatz sozusagen. Wäre ja nicht falsch. Den Ring zu nehmen als Einsatz für den Diamanten, aber naja. Okay, spielen wir um den Diamanten. Sie müssen ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Ja, das gibt es doch nicht. Das ist nicht meine Zug... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Also, wir sind halt, obwohl wir zehn neue Rätsel gelöst haben, kein bisschen näher. Wir hängen exakt an der gleichen Stelle. Ja, wir brauchen ein bestimmtes Item oder Geld und vorher wird hier nichts passieren. Nur... Weiß... Haben wir irgendwas davon noch nicht... Klar, einiges haben wir noch nicht benutzt. Die laminierte Karte... Nein, das wäre zwecklos. Ich habe bereits versucht, sie zu lesen und ich verstehe sie immer noch nicht. Okay. Hast du mal versucht, das Buch ihm zu geben? Meister super Buch. Ja, okay. Ich kann das Buch nicht damit... Und den Ring hast du auch schon versucht, den da hinzulegen. Alles schon. Er sagt nur... Das ist nicht... Das ist nicht... Das ist nicht... Das ist nicht, meine zukünftige. Ja, dann sind wir hier mal noch falsch. Vielleicht kann die Regie mal sagen, ob wir hier auf der richtigen Insel sind. Das wäre jetzt hilfreich, ne? Wenn man wüsste, dass wir hier richtig sind. dieses niedliche Schmuggelhäschen dazu getrieben haben, Zuflucht auf einem Kronleuchter zu suchen. Ne, seid ihr nicht. Seid wir nicht. Hören wir, du Arne. Dann... Zurück. Ne, links rum. Ja. Ey, Blood Island ist echt schwer, muss man sagen. Und das ist ja schon die leichte Variante, also... Ist schon gut. Oh, nein! Entschuldige. Ich will zurück nach Blood Island. Okay. Okay, lass uns noch mal logisch an die Sachen rangehen. Was wollen wir? Versuch's noch mal mit dem Grabstein. Ein Beweis dafür, dass wir tot sind. Bist du sicher, dass du das mit dem Grabstein noch nicht gemacht hast, mit dem Meißel und so? Ja, das haben wir schon fünfmal gemacht. Ja, aber eben nicht, nachdem wir hier waren und jetzt ist der Typ tot. Hast du das... Okay. Aber das ist doch... Das kann's doch eigentlich nur sein. Wie kann es irgendwas anderes sein? Er hätte es halt machen müssen eigentlich. Er hätte, während wir da lagen, einen Grabstein anfertigen müssen. Das ist nicht mein Job. Das ist... Okay, ich geb's ja auf. Mein Gott. Das will ich nicht mit mir herumzerren. Hm, nein. Irgendwas haben wir hier über... Ah, warte mal. Ja, dafür hast du ja recht. Vielleicht kann man irgendwo einen Wappen oder so abmachen, aber... Stehen wir da jetzt mit drauf? Es ist eine Gedenktafel für Mini-Strone-Meistersuppe. Hm, nein. Wir haben ja auch Murray. Könnte man nicht... Oder ist der auch weg jetzt? Okay. Ja. Aber... Ist ja auch kein Beweis, dass wir tot sind, sondern ein Beweis, dass Murray tot ist. Ne, ich meine auch nur, dass man den irgendwo noch benutzen kann für vielleicht Rätsel, die wir bisher nicht machen konnten. Die Kannibalen sind ja auch weg. Windmühle haben wir geklärt. Leuchtturm ist weg. Soll ich auch schon tausendmal versucheln? Aber den Totenkopf hast du hier noch nicht gezeigt. Stimmt. Wo ist denn Murray eigentlich? Der ist weg. Ich kann nicht damit hier sprechen. Madame Xima, ich... ...hin fort. Nochmal sterben? Zum tausendsten Mal? Wäre auch Quatsch, oder? Ihr vielleicht jetzt, weil uns keiner mehr... Mach's nochmal. Vielleicht kann uns keiner mehr beerdigen. Ich möchte einen Drink, bitte. Kommt sofort. Oder? Könnte sein. Also ich will zumindest jetzt wissen, was eigentlich genau passiert jetzt. Ah, ist noch da? Vermutlich. Wieder bei Stan jetzt. Sag mal was. Also wahrscheinlich lachen wir... ...wachen wir auch in unserem Meistersuppe Grab. Aber ich finde, man kann's nochmal probieren. Jetzt dürfte er nämlich eigentlich nicht mehr kommen. Siehste? Weg. Nicht schon wieder. Noch mehr dieser Begräbnisse kann ich mir nicht leisten. Vielleicht werde ich dieses Mal nicht das ganze Orchester mieten. Gibt's auch schon wieder ein neuer Schrein. Okay. Naja, es war ein Versuch wert. Aber hier steht auch nichts irgendwo. Da steht... Tex Venture. Er ist jetzt damit beschäftigt, das Schiff zu reparieren. Lass uns mal Ausschlussverfahren machen. Welche Räume wir nicht mehr besuchen müssen. Schiffwrack ist durch. Strand geht's nur zum... Eigentlich nur zum Links. Lichtung, da waren die... Was ist da? Ach, nur... Genau, da ist Elaine. Man könnte mal versuchen, aber nur aus Spaß genau. Aber wahrscheinlich wissen wir ja, beides geht nicht. Vielleicht wird sie halb... Ich glaube nicht, dass Elaine sich mit einem einfachen Goldring zufrieden geben würde. Oh, die feine Dame, wirklich. Okay. Es ist zwischen Hotel und Friedhof, bin ich mir sicher. Dorf war auch nichts mehr. Dorf ist durch. Windmüll ist durch. Ja, ich denke auch, hier haben wir alles. Hier gibt's ja nicht mal mehr irgendwas. Ich gehe nicht dorthin zurück. Ist das zu gefährlich? Es muss eigentlich irgendeine Form von Grabstein sein. Oder jemand Totes steht schon drinnen. Also, dass man das irgendwie... Und im Hotel gibt es eigentlich nur noch die Wahrsagerin. Ich will das aber nicht wiederholen. Ich weiß, was ist hier? Ist das ein Grabstein auch? Den könnte man mit der Schackpuppe nehmen, das brauchen wir später. Bevor wir das jetzt mit jedem Item machen, vielleicht kann uns hier jemand noch mal einen leichten Tipp geben, irgendwas, das uns in die richtige Richtung lockt. Sind wir beim Friedhof richtig? Die Regie glaubt, wir müssen wieder... Wieso denn? Können wir nicht irgendwas... Okay, pass auf. Was haben wir noch für Dialogoptionen hier? Wir haben immer noch die Gabel, ne? Wo haben Sie gesagt, war der Meister-Super-Familien-Diamant? Dieser nichtsnutzige Pirat verkaufte ihn an ein paar Schmuggler auf der Totenkopf-Insel. Sie haben ihn wahrscheinlich immer noch. Ich mach mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Hm, Gewürzgurken. Na, die Schla... Mein Piraten-Instinkt sagt mir, ich sollte es... Was war denn damit nochmal? Hm. Da haben wir den Schädel-Dingens da gemixt. 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 Das ist ja auch Quatsch, aber... Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meister-Super-Familie wissen wollte. Ich dreh durch, Simon. Es gibt doch hier nichts mehr. Die Gabeln halt noch, aber... Was könnte beweisen, dass wir tot sind? Sie kann es doch eigentlich. Ich will nicht, dass sie wütend auf mich wird. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Sie will nicht mehr mit uns sprechen. Ich habe fünf Todkarten. Das kann nicht gut sein. Nein, das wäre zwecklos. Ich will dein Freund sein. Ah, Mathe ist schwer. Lass uns einkaufen gehen. Du bist mein Lieblingsseemann. Okay, wir brauchen mehr Tipps, liebe Regie. Wir sind zu dumm. Moment! Sag doch mal, sagt Erdengeschoss oder Erster Stock. Er hat ja nicht so viele Freunde. Erster Stock, hat er gesagt. Edi, wir werden es nie lösen. Wir sind offensichtlich zu dumm. Weil wir waren hier halt einfach überall schon. So eine Fickscheiße. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Warte mal. Warte mal. Können wir nicht das Porträt da vorne mitnehmen? Warte mal so. Ich habe doch... Nee, doch nicht. Ja, ist ja gut. Ähm... Das haben wir aber auch schon versucht. Aber bei dem Bild... Kannst du das links? Nee, kannst du nicht. Okay. Minervas Droneheim Meistersuppe, Baronin von Borscht. Peter und Viktoria Soße Meistersuppe, Graf und Gräfin von Konsum. Man kann auf den Friedhof schauen. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Okay. Es gibt halt nur diese zwei Räume, ne? Diese drei Räume. Es muss hier sein. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Es geht nicht auf. Kannst du's... Ich möchte das Fenster nicht zerbrechen. Das Bett vielleicht jetzt dann damit... Das will ich nicht schmieren. Aufbrechen. Das Bett hat er kaputt gemacht. Ja, aber genau, vielleicht geht's jetzt. Ich kann die Brechsteine nicht damit benutzen. Pff. Ich kann die Versicherungspolize damit nicht benutzen. Ich kann die Versicherungspolize damit nicht benutzen. Wir müssen irgendwie klar machen, dass es seine Versicherungspolize war. Oder was? Weißt du, wie ich meine? Ein Fingerabdruck. Aber die ganze Nummer ist doch blöd. Auf unseren Namen können wir doch keine fremde Versicherung... Ich... Versteh's nicht. Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. So, liebe Regie, jetzt sag mal mal ne Ansage, sonst dreh ich nämlich gleich durch. Aber versuch's als Rätsel zu verpacken. Ja, aber... Sind wir... Sind wir im richtigen Raum? Das Porträt war schon richtig. Das Porträt... Irgendwas mit dem Porträt war schon richtig. Hier im Linksraum. Links. Oder das, ja. Da... Es ist an die Wand genagelt. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Das will ich nicht schmieren. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Nein. Nein. Ja, aber... Ich glaube, es ist ein anderes... Ist das andere Porträt wahrscheinlich. Also... Das kann man nicht... Links ist noch eins, meine ich. Links? Im Raum links. Ähm... Es gibt ja nur noch zwei. Eins von beiden muss es doch sein. Wir sind wirklich sehr dämlich. Mit dem kann man ja auch nichts machen. Hast du auch schon versucht. Nein. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Hm, okay, komm. Draußen gibt es noch welche. Auf der anderen Seite. Aber es muss doch eins sein, was auch präsent ist. So, diese unsichtbaren... Da hinten, das wird doch nicht... Kann doch nicht stimmen. Lecker? Es ist Graf Gaspacho Meistersuppe, der kaltherzige Konservendosenmagnat. Es ist an die Wand genagelt. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. So, liebe Regie. Ja, jetzt warte mal kurz. Das kann doch nicht so schwer sein. Du musst das linke Porträt machen. Nein, du hast ein, zwei Mal was damit gemacht. Dann hast du dich um anderen Schrott gekümmert. Probier mal die Items damit. Ich würde einfach alle Items mal ausprobieren. Ich weiß es ja auch nicht. Ich wundere halt, dass es mit der Brechstange nicht funktioniert. Aber vergiss es, die sind es nicht. Auf magische Art und Weise. Was stand da, liebe Regie? Auf magische Art und Weise das Porträt. Komm, wir haben noch drei Minuten. Das schaffen wir noch. Magische Art und Weise. Ah, warte mal. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Das kann ich jetzt wahnsinnig machen. Moment. Wir waren eben kurz drauf. Wir waren eben kurz drauf. Wir waren schon kurz drauf. Ich hab... Die Hilfe ist leider... Ja, aber warum sagt der es denn jetzt nicht? Kommt nicht an. Naja, weil es geiler ist, wenn man es dann selbst rauskommt. Na, wir haben es jetzt eh schon nicht selbst rausgefahren. Ne, wir sind noch dabei. Du wirst so oder so noch zwei Minuten spielen müssen. Wir können dich früher aufhören. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Shit, ey! Der Zauberstab hat keine Wirkung. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Wahrscheinlich warst du auf dem Item kurz drauf oder so. Zauber... Magisch. Das würde halt echt sagen, der Zauberstab, ne? Das ist eigentlich... Aber... Warum soll die Tofumaske... Meine Tofumaske wird hier nichts ausrichten können. Meine Tofumaske wird hier... Ich kann durch die Maske kaum was sehen. Magische Art und Weise. So, ich gebe auf. Die Regie muss denken, wir sind die allerdümmsten Menschen der Welt, weil die es ja wissen und schon... Jeder weiß es mittlerweile, der uns zuguckt. Wieso wissen wir es denn nicht? Na gut, wir haben ja eh nur noch eine Minute. Wir werden es nicht mehr schaffen, Leute. Ja, warum müssen Sie es jetzt nicht sagen? Nö, ich würde sagen, wir heben es auf. Und du willst mir erzählen, du wirst nicht gucken bis zur nächsten Folge? Ich weiß ja, wann wir die nächste aufnehmen. Insofern weiß ich, dass wir an dem selben Punkt wahrscheinlich wieder weitermachen werden. Ich hätte einfach mal alle Dinger ausprobiert. Hör auf, diese Dinger, die sind es nicht. Hier, 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 hier. Okay, komm, jetzt macht der Simon nochmal ganz schnell, macht der alle Buttons nochmal. Klick. Da, da, da. Hallo? Äh, das kreuzte ich an. Die Scheiße. Hilfe! Es muss der Helioballon sein. Okay, aber ganz klar sind es die Piratenliteratur. Dann ist es unter Umständen der Skelettarm. Na gut, vielleicht das Spielgeld. Die Schere ist es. Ich wusste es immer. Verdammte Scheiße. Das Buch natürlich. Klar, logisch. Ah, okay, der Zauberstab. Wir haben es schon hundertmal probiert. Aber vielleicht beim hunderten ersten Mal. Okay, auch nicht. Moment. Die Karte. Ich will die Karte. Das ergibt alles keinen Sinn. Das braucht nicht. Wahrsagen funktioniert. Nichts davon. Nein. Wir waren schon drauf. Ich kann den Magnet da. Das könnten auch die anderen Gemälde sein. Ich kann den meisten. Die Hundekekse. Die Hunde überwachen. Benutze Hundekekse mit Gemälde. Das braucht nicht ein Gemälde. Wir müssen ein Ende machen. Die Regie wird, muss, äh. Ich kann das kissen. Die Regie soll ruhig sein. Ich muss jetzt alle, alle Items müssen ausprobiert werden. Aber es ist ein schöner Cliffhanger. Ich mach jetzt eine Abmoderation, wenn der Simon noch alles probiert. Ja, wir werden dieses Rätsel niemals lösen. Wenn ihr dabei sein wollt, wie wir es niemals lösen, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es hier heißt, knallhart, durchgescheitert. Monkey Allen 3. The Curse of Ede und Simon. Wiedersehen. Monkey Allen 3. Nobody fragt euch. Der Eiweiß. Wir Swig 돌아anden den Pub и den Bolze in den Starting Loser, Der Eiweiß.